So, erste Runde, Rage Trulli gegen Leiter Stil, let's go! Und der marschiert einfach nach vorne, der Mann. Und ich probezeihe jetzt schon, dass wir wahrscheinlich wieder als Zweite mitkommen. Jetzt ist er abgeschüttelt. Und mitgefallen. Leichter Vorteil für die Prager Trulle. Was aber bei den Leiter Stil gerade mal gar nichts heißt. Und jetzt haben sie einen runtergebracht. Vorteil für die Prager Trulle. Und? Zack, pump! Zwei! Ja! Zweite Runde! Die letzte! Go! So, habt ihr gesehen, so schnell geht das. Einmal nicht geguckt. Zack, bist du weg? Dann wird der Kampff kurz wieder vorn, da ist es weiter. Ja, jetzt ist mal das rechte Kugel. Jetzt kanns weitergehen. Vorteil für die Leidenschaftsdienste. Heute haben wir Hände geplutscht. So, Medics, Medics, Sunny. Dann kommen ein paar Küken gemeinsam. Dann wird das Bein ein bisschen geschont. Und dann klappt das. So, und weiter geht's. 4 zu 2. Spinnenleins im Stil. Die Ressourcen gespart. Und die wieder 5 für die Entscheidungsrunde zu haben. So, Entscheidung. Fragertrolle gegen Leidenschaftsdienste. Fragertrolle gegen Leidenschaftsdienste. Das wird es nicht für alle. Wir fahren, wenn dieه wag Justin . Mö Ife, ist es nicht 20ige Ereignisse, Wiener, Masters, oder Norte. Die erste Holländer geht zu Boden und der zweite. Das ist so jung, wie ich kann im Rage-Modus. Jetzt haben sie schön festgeweiget. Und satt! Ja, Kurra!